Ein Mitarbeiter macht einen Teilersatz von einem Blechteil unten, da ist er gerade dran. Und ich hier vorne Demontage arbeite, mache alles, was geschraubt ist. Besonders cool an meinem Beruf finde ich, dass man ein Auto, das in einem schlechten Zustand zu unserer Lackiererei kommt, nachher wieder aussieht, das wäre ja etwas gewesen. Also es sieht wieder aus wie neu. Ich bin jetzt bereits an der Ausbildung als Grosserie-Lackierer und das Ziel wäre, vielleicht einmal eine gute Hilfe zu tun oder im Fallfeld im Beruf zu bleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal.